Doki gegen Doki die Unendliche Hatten wir das schon einmal? Wie oft müssen wir das noch durchexerzieren? Oh hallo! Ihr schon wieder? Ich wusste, dass ich das sagen würde. Hey, was glaube ich eigentlich, was ich da tue? Na, mich aufhalten, bevor es zu spät ist. Du kannst nicht gewinnen. Ich kenne jeden deiner, also meiner, Züge. Und ein Zauberwürgen? Das will ich auch. Ich kenne die Zauberwürgen. 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 Viel Spaß! Ja! Gesucht. Tot oder lebendig. Ihr braucht meine Hilfe. Viel Spaß! Ja! Das ist real! Aha! Aha! Ah-ha! Aha! Phew! Nix da! Das machen wir noch einmal! Begrüßt, die Leere. Du ist mein Schild! Gesucht, tot oder lebendig. Braucht ihr Anschlüsse? Ich wäre... Ihr entgeht mir nicht. Guten Freunden, gib mir mir mal ein Schlückchen. Ich gerache. Hast du das? Nein! Oh, ihr wollt einen Zauber winken? Haha, das will ich auch. Runter damit! Ich komme zu spät, viel zu spät! Gesucht, tot oder lebendig. Ich bin schon ein Sch accuser! Und jetzt damit! Das ist ein Schild. Das ist ein Schild! Zwei, zwei, drei. Ja! Wir werden schon ein Schild! Das war's für heute. Kräger der Eisbefeier, erhebt euch! Schnell! Eine unglaubliche Entdeckung! Stopp! 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 Schnell! 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 Das will ich auch! Schnell! Oh! Ooooo! Oh! Wollt ihr etwas in die Luft, Jan? Ich bin eigentlich gestorben. Das lernst du auch in ein paar Jahren. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich bin wirklich ein Mann. Die Mögeleitung in die Welt muss ich nachvollziehen. Die Mögeleitung lief ich. Die Mögeleitung blabber ich nach der E-Mausseitung. Die Mögeleitung war eine Ghent попробuell durch die Mögeleitung. Ein Mann zu schelzen. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie hier. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Ich komme zu spät. Lachai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis, folgt dem Ruf von Keltzer. Ich bin mit allen Wasser gewaschen. Das kenne ich noch vom letzten Mal. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Gesund, tot oder lebendig. . A. 15. K. 15. 20. Entfernen. 10. 21. 22. Sofort! Peter, den Knall! Sofort! Sofort! Eine unglaubliche Entdeckung! Ich komme zu spät, viel zu spät! Er steht in Flammen! Wir werden wehtun als mir! Das reicht! Findet mich und seht selbst das Grauen im Herzen dieses Waldes! Das war's! Das war's!